Musik Hier zeige ich euch den neuen Kercher, wie man schön Fenster putzt. Ganz easy einfach. Hier erst einspritzen, dann hier schön verreiben. Und dann einfach den Kercher nehmen und abziehen. Musik Musik Jetzt haben wir es hier von der einen Seite und dann zeige ich es euch noch von der anderen Seite. So, jetzt machen wir die andere Seite. Es ist nämlich ein Haufen Pollen vom Raps und alles ist unterwegs und da kann man dann richtig schön sehen. So, da lang. Jetzt machen wir es hier wieder an und ziehen es einfach hier nur ab. Es zieht einfach so nach unten und hier einfach nach unten ziehen und fertig ist es unten mit dem Richtig schön einwandfrei. Und man hat ruckzuck in einer Minute, hier seht ihr auch den ganzen Dreck, bleibt alle schön im Ding. Das zieht man ab, schmeißt es in die Waschmaschine und fertig ist man. Bis dann. Ciao. Hier probiert jetzt Matthias mit dem Gerät was zu machen. Er ist eigentlich unser Hausmann. Er tut eigentlich alles machen bei uns. Und so kommt es vor dem Geist. Und so stelle ich jetzt unser Rackenholzchen. In Grundform war nichts. Es ist sauber. Jetzt ist hier noch ein bisschen kleiner Stahl und den muss man mit dem Fenster einfach. Nein, weil das ist ja wirklich der Klacher. Das Fenster ist wirklich richtig rein. Man kann richtig durchschauen. Super schön. Matthias ist total begeistert. Matthias macht jetzt gleich das ganze Gattenhäuschen, hat er gemeint. Er wollte eigentlich nur mal ein Fenster heute ausprobieren, weil wir heute den ersten Mal Sonnabend haben. Ja, Tag der Arbeit. Tag der Arbeit. Aber jetzt ist er so begeistert, jetzt wird gleich das ganze Gattenhäuschen gemacht, weil es so schnell geht. In fünf Minuten haben wir, sagen wir mal, sieben Minuten haben wir das ganze Gattenhäuschen komplett sauber. Da am Dienstag auch noch ein Geburtstag bei uns im Haus steht, ist es halt ideal, wenn wir das dann so schnell haben. Wir sind halt richtig, richtig dreckig, die Fenster, durch den ganzen Blütenstaub, was jetzt im Moment fliegt. Da oben haben wir ein wenig mehr Dreck. Was ist das, Matthias? Da oben haben wir ein wenig mehr Dreck. Was ist das, Matthias? Das soll Bauschaum sein. Es geht damit nicht weggehen. Da oben haben wir ein wenig fえー, also, ab dem Und das ganze Gartenhäuschen, Mensch, schon zur Hälfte. Wir sind schon fertig. Das nächste Mal machen wir dann hier das Dach vom Schwimmbad. Und die Fenster oben im Hintergarten. Wir werden euch noch ein bisschen was zeigen. So, die richtigen dreckigen Fenster. Heute haben wir das Schlimmste gleich. Das haben wir zuerst gemacht mit dem Blütenstaub. Matthias, unter den Erdbeeren. Bringt das Glück, Matthias? Ist das so wie ein Mistelzweig? Bitte. Unter den Erdbeeren putzen. Bei Mistelzweig hättest du mich küssen müssen. Hä? Ich sag, bei Mistelzweig hättest du mich küssen müssen, dass wir das für Erdbeeren sind. Das ist richtig dreckig, das Teilchen, oder? Schön dreckig. Super High-Tech-Gerät hier. Die Figuren spiegeln sich wunderschön im Fenster. Einmal frei. Was sagen Sie jetzt dazu, Hermann-Verbahnen? Super Gerät. High-Tech fürs Gartenhäuschen. Für die Fenster. Die Figuren spiegeln sich in den nächsten Mal. Die Figuren spiegeln sich in den nächsten Mal.